M zu 1, M zu Nice mit einem neuen Video. Heute ein Krieg auf unserem Server und es geht darum, dass eine Stadt, Anka heißt die, soll eingenommen werden mit der Begründung eines Religionskriegs. Und hier sehen wir schon die drei Angreifer, die sich dazu entschlossen haben, hier diese Mauern irgendwie zu erklimmen und natürlich in die Stadt einzudringen. Und ich weiß jetzt absolut nicht, wo die Verteidiger hier sind. Ah, hier auf der Mauer sieht man schon jemanden, wenn das einer ist. Ja, ein Scout irgendwie anscheinend. Und naja, was wird jetzt hier gemacht? Es ist halt, es ist nur ein kleiner Krieg, 3 gegen 3. Ist ja überschaubar. Darauf haben sich die beiden Parteien geeinigt, die wollten halt 3 und 3 spielen. Und man sieht jetzt hier schon mal der Scout. Ah, hier hinter den Toren sind die anderen zwei Kandidaten. Komische Ausstellung, anstatt, dass sie sich alle auf der Mauer platzieren. Naja gut, hier wird jetzt auf jeden Fall schon mal fleißig geschossen. Einer hat sogar Feuerfall hier auf der Mauer. Hat wahrscheinlich die Lederrüstung an, weil er damit schneller und agiler ist. Weil mit Leder ist man hier ja bekanntlich schneller und mit Eisen eben nicht so schnell. Und ja, Hits werden hier nicht wirklich gelandet. Und auch wenn viele Hits knapp am Kopf vorbeigehen, aber aktuell sieht es so aus, dass hier jeder unbeschadet rauskommt. Naja gut, jetzt ist hier, die zwei stürmen jetzt weiter Richtung Mauer, während hier der eine Hermann, ja, Hermann von Salzner noch ein bisschen abgelenkt hat. Gut, sie laufen jetzt hier weiter. Und da ist denn hier überhaupt irgendwo ein Eingang, ne? Anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Leitern oder so dabei haben. Dann könnten sie hier eigentlich rauf, aber es gibt hier anscheinend Stellen wie hier. Ja, da könnte man vielleicht, ne, mit dem Sprung tragen. Weiß nicht, ob man da hinkommt. Ich denke mal, die Mauer wurde so gebaut, dass man hier eigentlich nicht rankommen dürfte. Also es sei denn, die Angreifer haben hier schon eine Lücke irgendwie im Vorfeld sich ausgespäht. Aber anscheinend wissen die jetzt auch nicht wirklich weiter. Die werden jetzt hier so ein bisschen kampieren. Ja, aber naja, so wirklich weiter wissen sie jetzt eigentlich auch nicht. Also sie laufen jetzt hier weiter in diesen Wald rein. Ich weiß nicht, ob sie sich da was von erhoffen. Auch viele Schaulustige dabei. Also sind hier auch viele Zivilisten anscheinend anwesend. Ja, das ist natürlich unter Umständen nicht gerade die beste Idee, wenn ein Zivilist einfach mal getötet wird. Ah, hier ist eine offene Stelle. Ich denke, hier werden sie jetzt eindringen wollen. Ja, hier ist schon jemand. Ich weiß jetzt nicht, ob das Kämpfer sind. Ich glaube schon, aber hier ist auf jeden Fall eine Stelle offen. Und hier können sie jetzt eindringen. Ohne Probleme. Und jetzt sind sie drin. Und ja, jetzt gibt es die ersten Schlagabtausche. Ja, eigentlich, die Angreifer sind hier eigentlich klar überlegen hier mit ihrer heftigen Eisung. Naja, fällt schon der Erste. Der Zweite hat ja auch keine Chance hier. Nix, Nix Celo, glaube ich, wie sie heißt oder er heißt. Ja, versucht jetzt wegzurennen. Brennt, heftigst. Ich weiß nicht, ob er sich hier retten kann. Ja, anscheinend sieht es so aus, als ob er sich hier retten kann. Ne, das war's. Und, naja, einer ist noch am Leben, wenn ich das richtig beurteilen kann. Ich glaube, der auf der Mauer. Ähm, ja hier Zivilisten. Oder ist das, ne, das ist der, der gerade gefallen ist. Der ist natürlich raus laut Regelwerk. Der darf natürlich nicht mehr mitkämpfen. Wäre vielleicht ganz gut, wenn er sich auf dem Friedhof irgendwie platziert oder so. Aber gut, die Angreifer sind hier fair und laufen weiter, lassen ihn laufen. Jetzt haben sie hier die Kirche. Es ist ja ein Religionskrieg, wie ich am Anfang angesprochen habe. Das heißt, die Kirche wird hier vermutlich ein wichtiger Ort sein. Anka war vorher schon mal, glaube ich, in christlicher Hand. Wurde dann überfallen von den Orks. Und, ja, wird jetzt quasi wieder zurückerobert. Ja, ich weiß nicht. Also, sie irren jetzt hier in der Stadt rum. Ich denke mal, die werden jetzt einfach alles niedermetzeln. Was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Alles, was irgendwie dem Chaos sympathisiert oder dem Chaos angehört, wird hier ohne Gnade, denke ich, einfach niedergemäht. Und, ja, also, eigentlich wissen sie das hier auf der Mauer. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand ist. Ja, hier ist er nämlich. Die letzte Bastion ist hier auf dieser Mauer. Geht jetzt runter. Ja, hier sind keine... Also, es ist hier sehr, sehr schlecht konstruiert. Hier hätte man locker, easy Fenster einbauen können, aber wurde hier nicht gemacht. Also, nicht gut durchdacht hier, die Verteidigungsanlagen. Ah, hier ist er nämlich. Er spekuliert jetzt darauf, dass sie hier vermutlich hochkommen werden. Und, ob das jetzt ein Hinterhalt ist, aber, ja, die realisieren es noch nicht ganz hier. Die laufen weiter und weiter. Ah, hier kommen sie jetzt rein. Okay. Jetzt erklimmen sie die Mauern. Werden, denke ich, nach ganz oben gehen, auf den Wachposten hier. Oder... Also, sehr, sehr komisch konstruiert hier die Mauer. Finde ich nicht gut. Also, wenn man hier runterfällt, kann es ganz schnell aus sein. Ja, okay. Also, jetzt hier gucken sie sich um. Der eine rusht schon mal vor. Hat er ihn gefunden? Nee, ich glaube nicht. Wo auch immer der ist, ich kann mich gleich mal importen. Der eine guckt hier. Wird Anweisungen geben, was die anderen zu tun haben. Also, die Mauer haben sie auf jeden Fall in ihrem Besitz. Jetzt find's nur noch, dass man die letzte Person, die hier noch aktiv ist, findet und schnell ausschaut. Er sollte eigentlich schnell gehen. Also, diese drei stark bewaffneten Eisenrüstungsträger hier sind in der Überzahl. Von der Rüstung her sind sie überlegen. Also, hier steht er nämlich. Ah, er hat sich hier versteckt. Sneakt die ganze Zeit. Ist natürlich wichtig, damit man die Namen nicht sieht. Ah, jetzt haben sie ihn, glaube ich, gefunden. Ja, jetzt... Ja, hier in der Mauer drinnen versucht er jetzt noch die letzten... Ah, okay, die Mauer, jetzt erkenne ich auch den Sinn der Mauer. Die ist so konstruiert, dass man sich halt innen drin gut verstecken kann, abhauen kann und immer wieder draufschießen kann. Ja, jetzt gibt's nämlich, glaube ich, die letzten... Ja, haben sie sich gesehen? Ich weiß jetzt gerade nicht. Oh, das sieht, glaube ich, nicht gut aus, oder? Nee, doch. Die sind wieder da unten wieder. Es gibt hier einfach keinen Showdown. Ich weiß nicht. Irgendwie sehen sie sich als nicht. Wie viel Nahrung haben sie dabei? Ja, gut, das ist nicht so viel. Kohlenhydrate, Proteine, Vitamine haben sie natürlich dabei, aber das ist halt auch nicht so viel. Und Bewegung kostet natürlich deutlich mehr Energie, als jetzt sich hier zu verkämpen. Ja, die dringen jetzt hier ins Gericht ein. Gucken hier nochmal. Der Galgen wird hier auch nochmal erstalkt. Der Friedhof wird vielleicht auch nochmal unter die Lupe genommen. Ah, hier. Sie ist in der Stadt immer noch drin. Okay, sie ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr in der Mauer drin. Ist also hier auch auf offenem Feld ein bisschen, sage ich mal, in die Offensive gegangen. Hier weit und breit einfach keiner der Angreifer zusehen. Eben waren sie doch auf den Mauern drauf jetzt irgendwie nicht mehr. Weiß nicht, ob sie jetzt in die Stadt zurück rein möchte. Oder vielleicht flieht sie auch. Findet hier auch nichts mehr zu essen. Ich denke mal, sie wird sich jetzt hier irgendwo zurückziehen und einfach verhungern. Okay, da nimmt sie nochmal Schaden. Das ist natürlich auch ungünstig, jetzt in dieser Situation nochmal Schaden zu nehmen. Das machen die Angreifer, die durchforsten hier sämtliche Gebäude. Hier ist nochmal die Karte, die ist auch schon zerstört worden hier. Also der Krieg kennt ja wirklich keinen Erbarmen. Nicht mal zur simpelsten Dekoration hier. Hier ist nochmal eine Scheibe kaputt. Gehen sie auch mal durch. Ja, hier im Chat wird jetzt geschrieben, ich habe eh keine Chance mehr. Und wo bist du, Mrs. und so. Naja, also ich denke mal, die Lage ist wirklich aussichtslos. Turm ist sie. Ja, die wird sich hier... Ja, die ist natürlich... Man muss erstmal so ein kleines Minecraft-Männchen hier, wenn man jetzt hier unten ist... Wie zur Hölle soll man die da oben finden? Die sind so weit weg, die Angreifer. Also, ja, da ist der Nächste erstmal in der Nähe. Ja, die beiden. Ja, also wenn sie jetzt in diese Richtung weiterlaufen, werden sie sie sehen. Komm, in das Zelt laufen und dann einfach... Naja. Junge, what the fuck, man. Ja, die sitze hier einfach auf die Mauern, jo. Als wäre nichts. Da, da ist kaum rechts. Reiten hier durch die Stadt durch und finden sie einfach nicht. Also, ich denke mal, das Sinnvollste wäre, wenn einer einfach auf den Mauern, äh, hin und her läuft. Ja, da wird noch eine Leiter natürlich ausgepackt. Das ist natürlich hier, um Mauern zu erklimmen, natürlich oberste Wichtigkeit hier. Ja, das ist halt schon eine Ruine an sich, diese Stadt hier. Die Mauern sind halb fertig erst. Überall kann man durch. Halt komplett am anderen Ende der Mauer. Es ist so übel, ey. Ja, Mann. Ist auch in den Mauern. Wahrscheinlich auch am anderen Ende, ja. Alter, was ist das für eine Stadt? Irgendwie riesig ist diese Stadt einfach. What the fuck, Alter. Oh, da ist sie fast runtergefallen. Ja, jetzt geht sie nochmal eins höher. Ne, doch nicht. Geht gar nicht. Hier ist wahrscheinlich gar keine... Na doch, geht. Aber macht sie nicht. Aber sie bewegt sich wenigstens mal von der Stelle. Okay, was will sie jetzt machen? Schießt sie etwa einen Pfeil? Ah, okay, jetzt haben sie sich endlich gefunden. Jetzt haben sie sich endlich gefunden. Endlich haben sie sich gefunden. Und ja, was soll ich sagen? Es gibt jetzt hier einen kleinen Pfeil und Bogen. Schlag. Ich denke mal, die anderen sind schon informiert. PRTS oder so. Die werden sich da auf jeden Fall, hoffe ich doch mal, irgendwie auch absprechen. Im Teamspeak-Parallel, während sie halt natürlich auch kämpfen. Ja, aktuell, das ist hier ziemlich eine Pleite für die Zuschauer. Weil es trifft einfach nichts. Beide müssen hier unbedingt das Schießen trainieren. Aber die Verstärkung trifft hier ein. Und ich denke, es ist jetzt nur noch eigentlich eine Frage. Aber hier, dieser Schuss hat tatsächlich gut gesessen. Da muss er ja sogar kurz in Deckung gehen. Ja, packt jetzt hier seinen billigen Pfeil aus. Hier, die andere hat wenigstens Feuerpfeile. Ja, hier, dieser Zivilist sollte auf jeden Fall weggehen, weil es geht nicht gut aus. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, und jetzt ist sie halt hier komplett umzingelt. Also, sie wird jetzt versuchen, denke ich, noch immer über die Mauer rüberzuspringen. Ja, also, von hinten fliegen schon mal Pfeile. Aber hier, dieser Feuerbogen, der ist halt ziemlich stark einfach. Hits, also, sollte Rockne hier wirklich noch verlieren. Also, ja, jetzt geht es in Nahkampf und ich glaube, das ist die Niederlage für Jode. Ja, jetzt hat sie verloren. Die Angreifer gewinnen. Der imperiale Glaube, die Religion hat die andere Religion, Phönix, schwarzer Phönix, heißt die Religion, glaube ich, ausgelöscht, die dem Chaos angehörig ist. Oder beziehungsweise nicht dem Chaos angehörig, sondern sympathisiert mit dem Chaos. Deswegen natürlich auf jeden Fall ein Dorn im Auge für den imperialen Glauben, der sehr am Christentum angelegt ist. Oder beziehungsweise sehr stark auch mit ihm sympathisiert. Ja, und die Krieger sind sichtlich erschöpft. Und es war ein knapper Kampf. Hätten einfach die ersten beiden Spieler nicht direkt so, blöd, sage ich mal, verloren. Also, waren natürlich sehr unlucky, wie sie da gestorben sind teilweise. Hätte man einfach auf den Mauern sich besser platziert, dann wäre das hier ganz anders, glaube ich, ausgegangen. War dennoch, denke ich, hoffentlich ein spannender Krieg. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mal diese Art von Video zu sehen. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Channel für mehr Videos. Checkt auf jeden Fall die Stadtvorstellungen aus, M zu 1, M zu Nice, GG.